Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Hier kriegt ihr den Roblox-Livestream-Zusammenschnitt zu sehen von dem Pet Simulator X-Update und alle Infos zu dem neuen Update. Viel Spaß! Und das Update ist bei mir draußen. Er hat nur die Bank hinzugefügt. Oh, ich hab wirklich gedacht, dass er noch neue Eggs und Regionen hinzufügt. Okay, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber man muss auch sagen, so eine Pet-Bank. Wir gucken uns das gleich an, aber es gab ja schon einige Leaks, wer die raushaut. Das ist ein richtig großer Aufwand, sowas zu programmieren. Und Loot-Bags plus More. Okay, was ist denn More? Ja, ich bin gespannt. Okay, als allererstes gucken wir einfach mal hier rein. Ich find's schade, es gibt keine neuen Pets. Ich hab so lange Diamonds gespart, damit ich mir was beim Merchant holen kann. Dann gibt's doch keine neue Region, dann gibt's doch keine neue Kiste. Das ist ein bisschen schade. Dann müssen wir mal mit leben. Gibt's neue Settings? Neue Settings gibt's nicht. Okay, Viktor ist jetzt auch hier auf dem Server drauf. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hab gehofft, dass er wenigstens eine neue Region raushaut. Ich verstehe ja, dass das Update richtig, richtig anstrengend ist. Ah, komm, die Region, die hätte er uns wenigstens noch gönnen können. Na gut. Gehen wir einfach mal zum Spawn rüber, gucken, ob da jetzt was Neues zu finden ist. Ob sich hier irgendwas verändert hat. Oder am Trading Plaza vielleicht. Wäre ja auch denkbar. Guck mal, da ist Viktor gerade. Oh, guck. Viktor hat viel mehr Pets als ich. Und weil er die Pet-Datenbank immer macht. Und da steht jetzt The Bank. Oh, da sind jetzt die golden Pets. Dann gucken wir mal in die Bank rein. Store valuable Pets. A chair with friends. Interests on Diamonds. Interests on Diamonds. Tatsächlich? Uh. Okay, jetzt lädt es. Ich bin gespannt, was da lädt. Ich guck einmal hier rein. Immer schön zu sehen. Number and nil. Pet Pet. Update Pets. Der hat wohl eine Funktion nicht ganz funktioniert. Bank Leaderboard coming soon. Oh, ein Leaderboard wird es auch noch geben für die Bank. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Müssen wir wohl warten. Auf jeden Fall muss das hier erstmal laden, wie es aussieht. Die Bank ist jetzt hier. Macht doch Sinn, dass die Bank hier ist. Ich mein, die Gebäude wurden einfach vertauscht. Die goldene Maschine stand früher da. Das Gebäude stand früher da. Aber ja, gut. Ich gucke einmal ganz kurz nach, wie es bei Victor aussieht. Victor ist gerade noch gemutet. Okay, der hört uns nicht. Aber der redet jetzt wahrscheinlich in seinem eigenen Stream darüber, was er vom Update hält. Ich gucke gerade. Es gibt ja auch noch Redeem Rewards. Und ich hoffe, die Bank lädt jetzt. Please? Please? Im Notfall muss ich den Server nochmal neu laden. Vielleicht hat Preston da auch noch einen Bug reingehauen, dass es gar nicht erst lädt. Und das hier hat dafür gesorgt, dass es komplett errored. Äh, ja. Fail to get Bank Invites. Authentification failed. Unknown Error. Preston will uns hinhalten. Aber immerhin, dann kann man nicht immer noch sagen, dann habe ich immerhin noch Zeit, um mehr Diamonds zusammenzufarmen. Weil ich will, wenn die neuen Pads rauskommen, will ich mir die neuen Mythicals beim Mystery Merchant holen. Und zwar so viel, wie es geht. Dafür spare ich momentan Diamonds. Ähm, warte, was? Und das Exclusive Pad im Shop kostet bei mir? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, das, ähm, liegt dann daran, dass der Preis nicht gegettet werden konnte. Nobody's in the server. Hier muss ich rauf gehen. Ähm, bei mir sind die Preise schon da. 599, äh, Robux kostet der Sea Dragon. 1199 Robux kostet die Sockcat. Die finde ich ganz cool. Und, äh, der Wicked Angelus. Gab's den nicht schon? Ich bin mir nicht sicher. Mit Reality kostet 5000 Robux. Also auf jeden Fall eine Menge. Hat auch, aber auch 85 Milliarden Stärke. Auch nicht schlecht, ne? VIP hab ich immer noch nicht gekauft. Das Auto-Hedge immer noch nicht. Guck mal, Triple Coins kostet Fragezeichen Robux. Ah, hier sind's wieder 400. Kann gerade halt nicht geladen werden. Exclusive Pads sind ein paar, ja. Na gut, dann müssen wir wohl warten, bis das, ähm, nächste Update raus ist. Und Preston den Fehler fixt. Weil es kann doch nicht sein, dass Preston jetzt, äh, die, das Bank-Update raushaut. Und das Öffnen von den Banken schon nicht funktioniert. Ah, mies. Dann ist das weg. Buy Account. Es ist da. 7,5 Millionen Diamonds für ein Bank-Account. Alles klar. Congrats, you now own a Bank-Account. My Bank. Nice. Okay, die Bank ist endlich da. Gut. Hat sich ja gelohnt, dass ich ein bisschen Diamonds gespart habe. So. Was haben wir denn hier für Settings? Tier 1, Tier 2, Basic-Accounts. Ach, man kann hier dann mehrere, mehr Pads reinpacken. Und kann mehr Spieler hinzufügen. Ja, dann muss ich das wohl machen, oder? Äh, das kostet 40 Millionen. 40 Millionen, das ist ja richtig teuer. Kaufen. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, please. Krieg ich eine Rückmeldung? Ja, wir müssen wohl warten. Und? This Bank does not have enough Diamonds to upgrade. Muss ich da Diamonds reinpacken in die Bank? Okay. Ich packe jetzt in die Bank, packe ich ein paar Diamonds rein. Wir packen da jetzt einfach mal, sagen wir 100, 1000 Millionen Diamonds rein. Okay. Deposit. So, jetzt arbeitet er wieder. Er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet. Arbeite schneller. Arbeite schneller. Es arbeitet langsam. Ach so, 50 Millionen Cap habe ich. Alles klar. Okay, dann muss ich jetzt back gehen. Muss Deposit gehen. Und muss dann sagen 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ich packe dann trotzdem nochmal ein paar Pads rein. Und zwar diesen, 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 diesen. Und die beiden. Und jetzt aber. Please. Jetzt mach. Oder mach. Please. Und jetzt lädt meine Bank wieder nicht. Ach, Mensch. Und ja, das Problem ist, jetzt wo das Pads Immulator X Update rauskam, ist es natürlich so, dass ganz viele Leute dieses Spiel spielen. Und alle, die das Spiel spielen, wollen natürlich jetzt auf diese blöde Bank zugreifen. Dementsprechend werden die Roblox-Server damit auch wieder überfordert sein. Und damit die Bank ja auch sicher ist und man dort keine Sachen verliert, muss Preston halt bei allem, was man macht, eine Anfrage an die Server stellen und warten, bis die Anfrage verarbeitet wurde. Sonst gibt es ja das Risiko, dass wir Pads verlieren oder Pads dupen können und das sollen wir ja nicht. Ich habe mich verklickt. Also ich habe mich auch so sehr unmuted. Du hast mich unmuted. Hallo. Mein Problem ist eher, dass ich jetzt 50 und 60 und 70 Tech-Coins aus der Tech-Entry-Kiste bekomme. Warte, wie viele? Mit meinen besten Pads. Oh. 50, 60, 70. Ich auch nur. Hä? Ich kriege 22. Ja, aber die große Kiste ist noch normal, aber die Tech-Entry-Kiste ist halt so verpackt. Ich kriege einfach 18 Tech-Coins bei der Tech-Entry-Kiste. Hey, und Roblox-Felix ist auch da. Ja, Felix betet gerade die Bank an, dass sie lädt. Bei mir lädt sie nicht. Ich gehe jetzt auch mal auf Loot-Bags suchen. Ja, warten wir für ein Stückchen. Ja, eben. Deswegen mache ich ja gerade auch da. Jemand hat auch geschrieben, bei ihm kommen aus irgendeiner Kiste Loot-Bags raus. Ja, aus den großen Kisten kommen auch Loot-Bags raus. Und wenn du die abbaust, zumindest jetzt habe ich die Tech-Entry-Kiste abgebaut, ich habe als Reward irgendwie vier, glaube ich, rausgejobbt bekommen und an sich auch selber noch sechs rausgejobbt bekommen. Aber natürlich, du kriegst halt nur normale Coins daraus, ne? Das ist nicht so geil. Ja, weil wir in der normalen Welt sind. Eben. Aber ich bin gespannt. Ich finde schön, aber das ist, äh, ich finde schön, dass es halt solche Sachen sind, die du aufheben musst. Das wäre nicht schön. Das habe ich auch einfach spekuliert, ob das so sein wird und ob das etwas ist, was du halt abbauen kannst, wie zum Beispiel der Giant-Present oder so. Aber nö. Ich habe auch gedacht, man müsste sie abbauen mit seinen Pads. Das ist einfach sowas, wie die Geschenke hier. Ja, das dachte ich auch, dass das das Realistischste wäre. Aber nö. Ist es so. Finde ich schön. Was geht, äh, Engenho? Conny, ähm, wenn man diese Boosts enden, ist ein neuer Text. Okay. Ah. Aber was hast du schon gesehen, also die beiden Boosts, ne? Äh, das fällt jetzt jetzt dicker von dem Use. Ist halt dafür da, dass es halt, ähm, natürlich damit halt mehr Boosts reiben können, ne? Wie ist das? Achso. Was sieht denn kacke aus? Ich finde es gar nicht so schlecht. Also, stört mich nicht. Kann sein, dass es auch nur ungewohnt ist, aber so jetzt sieht es einfach nur kacke aus. Ich, ich finde es, tamam, alles gut. Okay. Okay. 100.000 Diamonds ist gut. Und, was war das? 4, 4 Trillion Coins ist nicht so gut. Was? 4, 3 OP-Pads? Und das war's. Okay, noch keine weiteren Loot-Bugs. Ich will jetzt die Kiste einmal komplett abgebaut haben. Ach, egal, wir gucken nachher nochmal zur Kiste. Ich gehe jetzt nochmal zur Bank. Conny, wenn man diese Boost in neuer Tests... Äh, habe ich schon vorgelesen. Was ist das für ein Satz, Baubruder? Vertaubung wäre egal. Auto-Loot-Bags sammeln. Ich finde, das sollte, wenn, dann, wenn es als Vertaubung wäre, zu, äh, Magnet zusammengehören. Mmh, ja. Aber an sich, vielleicht als Game-Post. Nee, es wäre so oder so. Nee, ich finde schon gut, dass man nicht selber einsammeln muss. Ja, ich irgendwie auch. VIP lohnt sich mittlerweile. VIP lohnt sich mittlerweile? Ich habe 100.000 Gems bekommen. Ja, ich habe 100.000 Gems insgesamt bekommen. Und einen Booster. Du kriegst also mindestens 50.000 Gems pro Gem-Pickup. Anstatt irgendwie 9.140 oder sowas. Und du kriegst halt ein paar Booster. Ja, dann muss mir Crafter jetzt mal VIP sponsern. Ja. Man kann mit der Bank dupen. Nein, kann man nicht. Ich glaube auch nicht, dass man mit der Bank dupen kann. Nein, das kann man nicht. Das kann man nicht. Ganz sicher nicht. 100 Prozent, Digga. Da lege ich meine Hand aufs Feuer, Digga, dass es nicht geht. Ja. Mein Preston hat gesagt, man kann nicht mehr dupen, weil die das jetzt auf deren eigenen Servern speichern. Deswegen ist dupen unmöglich. Ach, wenn die das auf ihren eigenen Servern speichern, erklärt das auch, warum das so f***ing langsam ist. Ja. Die haben das jetzt auch experimentiert. Die haben mit weniger Leuten gerechnet. Haben die irgendwie vor 8 Minuten oder so. Mittlerweile keine Ahnung, wann die das gespielt haben. Ja. Na gut. Aber es läuft, glaube ich, über diesen Typen. Diesen David-Typen bei Big Games. Alles klar. Dann haben wir Pech. Ja, das haben die halt gemacht, weil du über... Dann werde ich mir die Bank jetzt erstmal nicht angucken. Ich werde jetzt nochmal die Kiste abbauen. Was sollen wir tun? Oh, die Kiste ist fast abgebaut. Oh mein Gott, die Kiste ist fast abgebaut, Viktor. Noch 5 Trillionen. Noch 0 Trillionen. Pick up Trance. Das ist ja quasi nichts. Haben meine Pads jetzt doch die Lootbags aufgesammelt? Nee, die sammeln die nicht auf. Das ist einfach nur... Wenn die genau drüber laufen vielleicht? Du musst dir einfach nur gedroppt bekommen. Nein, du musst die nur gedroppt bekommen. Weil ich hatte eben den... Das Achievement ging hoch, aber egal. Oh, hier gibt es kleine Lootbags und große Lootbags. Ja, weil die gedroppt werden. Die Lootbags müssen einfach nur spawnen. Dann kriegst du das Achievement. Okay, ich habe gerade 140.000 Gems bekommen. 5.000 Diamonds, 13.000 Diamonds, keine Diamonds. Oh, warte, da ist ein großer Lootback. Du hast ein großer Lootback, Viktor. Du kriegst safe Coins. 75.000 Gems. Hast du Coins bekommen? Ja, Gems. Ah, Mist. Ich will keine Coins bekommen. Ich habe 140.000 bekommen. Ich auch nicht. Oh, ich habe genug Coins. Ich habe zwei Triple Damage Boasts bekommen. Was? Ich habe doch gar nicht bekommen. Ich habe was bekommen. Anton. Ja? Anton, ich habe mein erstes, erstes Geschenk hier bekommen. Huh. Nach 1.000 Jahren Farben. Nach 1.000 Jahren der harter Arbeit, Leute. Let's go. Ich bekomme 2 Triple Damage Boasts. Huh. Zum Glück. Huh. Nach all den Jahren harter Arbeit. Ich habe auch 2 Triple Damage Boasts bekommen. Ich war so glücklich. Es hat sich endlich ausgezahlt, die harte Arbeit. So, jetzt erst mal gucken, ob die Lootbacks rigged sind. Und sind sie rigged? Werden wir gleich sehen. Ich warte noch, bis die zweite Kiste da ist. Aber wenn du Triple Damage bekommen kannst, dann kannst du bestimmt auch Triple Coins bekommen, oder nicht? Okay, die Lootbacks droppen nicht immer aus allen großen Kisten rausschauen. Oh, was ist das? Okay, ich habe eben versucht, bei der Hell Island die Kisten die ganze Zeit abzubauen, um Loot-Dinger zu bekommen. Aber das passiert nicht. Schade. Ja, habe ich auch probiert. Ich glaube, Preston hat das einfach daran gekoppelt, wie viel abgebaut wird. So, jetzt wo ich endlich Tier 2 habe, sehen wir, Tier 3 kostet einfach 200 Millionen Diamonds. Und das kann ich mir nicht mehr leisten. Und dann kann ich drei Spiele haben, 200 Pads, kann auch eine Milliarde Diamonds in der Bank haben und kriege 0,175% Zinsen. Ach, ist das nicht schön. Das ist ja wie im echten Leben. Nur noch mit besseren Zinsen. Du kannst andere Spiele zu deiner Bank hinzufügen. Dann muss ich aber noch gucken, wie genau das geht, dass ich... Ah, hier unten, man scrollt hier runter. Ah, alles klar. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Hihi2234xd2. Möchte ich gerne inviten. Are you sure? Ja, ich möchte 2234xd2 hinzufügen zu meiner Bank. Und natürlich auch R0BL0xfelix möchte ich hinzufügen. So, und jetzt habe ich zwei Leute zu meiner Bank hinzugefügt. Ich kann aber nur einen auf einmal hinzufügen. Na gut, ist doch egal. Wer zuerst kommt, mal zuerst, nicht wahr? Und die können dann, wenn sie dann die Invite annehmen, sind sie jetzt in meiner Bank mit Member drin und können sich diese Pets hier rausnehmen, aber auch ihre Pets reinpacken. Das heißt, wir teilen uns praktisch ein erweitertes Inventar. So, wie heißt du? Ich heiße Conny. Wie 40 Millionen Gems wurden von den Gems von der Bank abgezogen? Na, weil ich das Tier gekauft habe. Ich habe hier Upgrade auf Tier 2 gemacht. Das kostet 40 Millionen Gems. Tier 3 kostet 200 Millionen Gems. Und die 200 Millionen hier habe ich einfach gar nicht. Ich kann jetzt aber, keine Ahnung, sagen, ich deposite einfach mal... Was ist eigentlich Cap? Keine Ahnung. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 Millionen. Diamonds deposited. Jetzt habe ich nur 110 Millionen Diamonds auf der Bank. Und wie viel Rendite bekommen wir? 0,1%. So, wer von euch kann Zinsrechnung? Zinsrechnung sagt, ich kriege nix. Hier steht auch nicht, wann ich die 0,1% bekomme. Kriege ich die pro Monat? Kriege ich die pro Tag? Kriege ich die pro Minute? Pro Minute wäre nice. Wenn ich die pro Monat bekomme, die im echten Leben oder sogar quartalsweise oder jährlich, wäre ja auch richtig schlimm, dann wäre das richtig lame. Ich habe jetzt 100 Millionen hier drauf. Das bedeutet, ich würde 100.000 Diamonds Zinsen bekommen. Dafür, dass ich 100 Millionen einzahle. Natürlich, die 100 Millionen sind nicht weg, aber ich kann die halt so lange nicht nutzen. Ich habe jetzt 110 Millionen sogar. So, jetzt hast du so viele Gems wie ich. Okay, warte, wie viel kann ich maximal einzahlen? 225 Millionen. Wow. Das ist ja nischt. Aber wenn hier eine Milliarde Cap ist, dann bedeutet das, dass Tier 4 wahrscheinlich auch annähernd eine Milliarde kostet. Oh Gott. So gehe ich so beim nächsten Mal zur Bank hin und die Bank sagt, und es ist weg. Ich kann meine Gems nicht rausholen. Rausholen machst du mit Withdraw. Das zeige ich euch auch nochmal. Wenn ihr dann Zeug aus der Bank rausholen wollt, dann geht ihr erstmal eure Bank laden. Geht dann hier auf Withdraw, auf dieses pinke Symbol. Klickt darauf und dann könnt ihr die Sachen aus der Bank rausziehen oder hier unten reinschreiben, wie viel ihr withdrawen wollt. Und dann zieht ihr das raus aus der Bank. Und das können dann auch die anderen Spieler, die ihr zur Bank eingeladen habt. Also ladet nicht irgendwelche Randoms zur Bank ein, sondern nur eure Freunde. So, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, den Livestream so gut runterzuschneiden, wie es geht. Ich habe im Livestream auch noch ganz viele Pads verlost und was nicht alles. Übrigens, kommt gerne auf unseren Discord-Server, falls ihr noch nicht drauf seid. Abonniert RobloxViktor, abonniert mich, abonniert RobloxFelix. Und, habe ich schon gesagt, dass es auf meinen Discord-Server kommen soll? Da könnt ihr an Verlosung teilnehmen. Gerade hat jemand schon wieder einen Spam-Link auf den Discord-Server gepostet. Den werde ich jetzt bannen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao! Bis dann!